... Und die Auszeit ist zu Ende. Das Spiel geht weiter. Grün-Weiß hat Anbo. Montor von Marie. Und Rostock hat den Ball zurück. Grün-Weiß hat den Ball zurück. Der Ball gewinnt von Ines und Jessica Becker geht zum Tor und Tor. Grün-Weiß hat Anbo. Grün-Weiß hat Anbo. Und Tor für Rostock. Jessica Becker hat Schritte gemacht und Rostock hat den Ball zurück. Und jetzt nach 17 Spielminuten steht es 10 zu 3 für den SV Grün-Weiß Schwerin. Oh, das war's. 1 zu 3 für Grün-Weiß. 2 bis 4 für Die sind. 2 bis 4 für die parallels. 2 bis 4 für die Kaffee. 2 bis 5. 1 bis 4. 2 bis 5. 1 bis 6. 1 bis 7. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ein 7 Meter für den Rostocker HC und Inus hat zwei Minuten bekommen Und die Predigtin hat gehalten Vielleicht nochmal das zweite Mal Es steht immer noch 12 zu 3 für Grün-Weiß Die Überzahl ausgenutzt 13 zu 3 für den Grün-Weiß-Schwery Die Überzahl ausgenutzt 13 zu 3 für den Grün-Weiß-Schwery Noch 5 Minuten zu spielen und Grün-Weiß liegt mit 10 Toren vorne Und Annika macht das 14 zu 3 für den Grün-Weiß-Schwery Und Annika macht das 14 zu 3 für den Grün-Weiß-Schwery Torwartwechsel bei Rostock. Die Schuhe von Hessik. Und Wiebke, den Held stark den Ball. Auch wie sehr sich die Schweriner durchsetzen wollen, sie schaffen es nicht. Doch, Torwart machen. Und 15 zu 3. Und Rostock hat einen neuen Meter gekauft. Untertitelung des ZDF, 2020